Walker, Chris, schön euch zu sehen. Chris? Ma! Oh Mann! Lange nicht gesehen. Ich hab schon gedacht, ihr taucht gar nicht mehr auf. Keine Geschenke mehr, Ren. Wenn du Vorräte willst, musst du deine Differenzen mit Philips überwinden. Hey, ich spiel nicht mehr Soldat für ihn. Solltet ihr auch nicht. Komm schon, Chris. Jetzt sag bloß, dass du diesen Scheiß noch glaubst. Gerade nachdem, was mit Jason passiert ist. Lass meinen Sohn da raus! Hör zu, du weißt, wie ich über Philips denke. Aber in einer Sache hat er vollkommen recht. Wir befinden uns im Krieg. Der General hängt doch bloß besseren Zeiten nach. Ich brauche keinen Anführer. Und ich will auch keinen. Okay, versteh schon. Nein, tust du nicht. Hör zu, wir überleben hier. Fang neu an. Überleben ist aber nicht genug. Wir müssen kämpfen. Nein, wir müssen überhaupt nichts tun. Wann habt ihr zuletzt eine Horde Infizierte gesehen? Hm? Es geht hoch! Hol asko! Anni Sekofer! Es geht hier! Oh! No! Dann fEtō! ARD Text im Auftrag des WDR Halt! Gott, ich liebe Montage. Haha, alles ob. Hey, ich mach das. Na ja, obwohl... Ja, ich mach das. Ja, ich mach das. Ja, ich mach das. Willkommen, M.T. Ja, ich mach das. 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Cool. AUSCH! Das gibt ne Narbe. Klapp. Drängen wir uns nochmal richtig an. Philipp wird ausflippen, wenn er rausfindet, wo wir sind. Rover 2, hier ist Hope 1. Hört ihr mich? Ja, wir sind da. Ich brauche alle Cleaner im Will. Und zwar sofort. Verstanden? Verstanden. Hope 1, out. Das hört sich wirklich toll an. Neuer Tag, neue Nahtoderfahrung. Laden ab! Stark! Das wird schielen. Unfälle passieren. Das nehme ich. Haben wir einen Plan? Oder wollen wir mal wieder improvisieren? Das war gut. Anhalten! Hier entlang! Wie war das? Das war es. Das war's. Ich hatte die Rійсьer aus. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Oh, hab ich sie den Tag besaugt. Darum muss ich mich kümmern. Nicht schlimm. Gar nicht schlimm. Sauber. Eigentlich auch nicht. Hey, du wolltest heilen. Nicht verlässlich. Shit. Tut mir leid, Ren. Kommt schon. Wir müssen weiter. Nicht verlässlich. Hm, was ich mein Datsum? Was ist das für Zeit? Das ist für mich. Das war dann... Was soll denn das jetzt, Danke-Doc? Ein paar blaue Flecken, aber am Leben. Den kommen wir nicht durch. Dazu sag ich nicht nein. Ich steh euch nicht auf dem zweiten Platz. Hier drüben! Vorsicht! Wenn du hier fällst und dir was bricht, kann ich nicht viel tun. Was? Wer schießt sich an? Wer schießt sich an? Halt jetzt still. Darum sollte ich mich schnell kümmern. Nicht da draußen noch jemand! Wir brauchen Hilfe! Wir sitzen in der Falle! Alles gut. Wir sehen dich! Oh Gott sei Dank! Wir dachten schon, nur wir wären noch übrig. Wir brauchen dringend Hilfe! Wir sitzen fest in der alten... Das stimmt. Das stimmt. Hilfe! 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 Wer drüben? Nicht ausruhen, Bokka. Danke, Dad. Moni, wird knapp. Wir brauchen wohl Licht. Bin eine Weile gefahren, aber auch gut verdient. Bitte? Trucks. Bin Trucks gefahren. So bin ich hier gelandet. Perfekt. Darum sollte ich mich dringend kümmern. Ich muss mich dringend verarzten. Danke. Auf dich kann ich immer zählen. Es lief gut, aber es geht weiter. Los jetzt! Los geht's, du hittest! Hittest! Sorry! Was haben wir denn getan? Was haben wir denn getan? Was ist das? Halt! Ja, komm. Heilige. Das ist mit einem Loch gleich. Oh, scheiße. Wir haben keine Zeit zum feiern alles wird wieder gut Danke Danke Untertitelung des ZDF, 2020